Hallo liebe Freunde und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Monster Hunter. Die Session endet heute. Ja, so ist das. Wir haben Honey noch. Eigentlich nur Weather-to-Dry Heights dabei. Äh, Heavy Heights. Quatsch. Und das ist ja einfach nicht so ganz interessant, deswegen lasse ich das immer weg. Genau, weiß ich nicht. Das sieht ja eh klein. Ja, wir machen weiter mit der Quest jetzt hier. So, holen uns da wieder die Quest für die Kelby. Ich schau auf die Uhr und diesmal müsste eigentlich Sunny kommen, so demnächst. So, die nächsten 5-10 Minuten müsste sie ankommen. Und die rauscht dann gleich wieder total in die Aufnahme rein. Na, unfassbar. Das weh sich jetzt schon. Unfassbar. So, wir gucken gerade mal, wie viel... So, neun... Äh, das heißt, sechs fehlen. Sechs. Naja. Glück. Das dauert echt seine Zeit. Es ist unfassbar. Unfassbar. Boah, ich bin echt am überlegen, ob ich, ähm, die, ja, Erzformerei irgendwie mal cutte. Und, ja, abworte, weil, naja, das ist halt alles so eine Sache. Das dauert halt alles so hundsewig. Klar, habt ihr gesagt, ihr würdet im Prinzip alles sehen. Das gehört dazu. Aber ernsthaft? Weiß nicht. Also, ja, ich mach, ich mein, ich mach das gern, klar. Also, für euch, äh, nehm ich das von mir aus auch auf, ja. Also, nur, solange es für euch nicht langweilig wird. Das ist halt so eine Sache, ne. So, das fehlen wir doch noch. Sehr schön. So, komm mal her jetzt. Komm mal her. Gib mir mal drei Hunde oder so. Oder einfach nur Cabby-Height. Das ist unfassbar, ey. Height ist ja Haut, ne. Also, rein logisch, ne. Müsste ja Haut sein, klar. Ne, Skin ist ja Haut. Heißt Height nicht auch Haut, Fell oder so? Hm, irgendwie sowas in der Art. Bin mir jetzt da ja nicht sicher, muss ich ganz ehrlich ges- So. Cabby-Kam. Ich fass es nicht. Jetzt läuft es aber echt kack hier. Das läuft ja jetzt echt scheiße. Die Drop-Rate wurde minimiert seit der, seit den letzten zehn Minuten. Die Session ist ja fortlaufend. Und gerade lief es besser irgendwie. In der letzten Folge zumindest. War irgendwie, war besser, ne. Alles sehr, sehr eigenartig. So, das noch. Ah, genau drauf. Aber das ist in den, ähm, japanischen Versionen noch cool. Ja, auch irgendwie Wahnsinn, ne. Also, bei manchen Viechern siehst du es ja doch schon relativ, ja, deutlich. Aber, ja. Weiß ich nicht. Ist ja die europäische Version hier. Ähm, und Kanterpermi meinte ja mal, dass man durch den Hind-Lag dann die Schwäche erkennt. Und bei der japanischen Version ist es allerdings so, dass man das nicht nur durch den Hind-Lag erkennt, sondern auch durch sie viele Blut rauskommt. Äh, eigentlich krass. Also, so blutig kann Monster Hunter sein. Aber, naja, gut. Der Panor sind ja eh top over, ne, over the top. Irgendwie, was so Inhalte angeht. Hund blutig. Vieh ist Hex, ja. Vieh sind ja irgendwie, Europäer sind ja dann so, oder Deutsche auch im Allgemeinen sehr, sehr krass. Ich weiß nicht, ob es in ganz Europa so ist. Das kann ich nicht sagen. Äh, die haben ja dann echt ein Problem mit Gewalt. Wenn dann zu viel Blut fließt, dann wird es indiziert. Siehe, weiß ich nicht, Dead Island. Boah, Manhunt beispielsweise. Das wird den meisten vielleicht gar nichts sagen. Ähm, Manhunt ist ein älteres Spiel. Gab es, glaube ich, bis zum dritten oder bis zum zweiten Teil für die PS2 damals noch. Ähm, in Deutschland indiziert zum Beispiel. Ähm, es ist noch Maxp. Indiziert ist jetzt nicht mehr indiziert. Haben sie ja, die aktualisieren auch mal ihre Liste ab und zu mal. Doom war indiziert und all solche Sachen, ne. So als kleines Beispiel. Wiederum haben wir kein Problem. Ne. Das ist halt so, so eine Sache. Ähm, man, ja, weiß ich nicht. Mir fällt jetzt kein ordentliches Spiel ein, wo das, ja, wo wirklich was drin ist. Also, weiß ich nicht. Beyond, ich weiß nicht, ob man Beyond nehmen kann. Oder, ähm, Fahrenheit oder sowas. Wo halt so du... Ja, bei, äh, ja, Amerikanern oder in der USA ist es halt so. Die ballern da Gewalt ohne Ende rein. Jetzt müssen wir mal schauen, wie viel ich hab hier. Hä? Das läuft ja echt kacke hier jetzt grad. Das läuft jetzt echt kacke. Da müssen wir jetzt mal noch... Ne, die haben, ähm, halt Probleme mit Sex. Die machen da, äh, alle möglichen Sachen hin. Und das ist dann halt schon so eine Sache. So, jetzt kommt's an hier. Ja, ich hab's gesagt. Ich hab's, hab's gesagt. So. Aber, das läuft. Ne, also das ist sehr, sehr eigenartig. Die Japaner haben sich da absolut nicht. Die machen da nichts. Jetzt, das ist denen alles scheißegal. Die bringen raus. Auch wenn's, keine Ahnung, Kinder verstört, die, keine Ahnung, dann drei Tage nicht aufs Klo können oder so. 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 Sunny guckt mich an. Hat sie gar nicht, hat sie gesagt. Naja. Joa, wir machen uns jetzt zur Hülle. Ähm. Und ich hoffe mal, dass das jetzt besser funktioniert. Und eventuell mal mehr ertraupt. Als nur... ...einen. Oder keinen. Das wäre schon sehr lobenswert. Sechs Stück brauchen wir noch. Wenn man jetzt die, die Bilanz der vergangenen Runs hier jetzt anschaut, dann ist das echt mager. Und ich hab ja eigentlich irgendwie mit... Ja, im besten Fall mit vier Runs hier gehofft, wäre das beste Mal gewesen. Wie lange ich mache? Ich mache jetzt noch sieben Minuten circa. Ähm. Möchtest du etwa eine Kaugummi kauen? Eine Cola trinken? Ich soll Licht anmachen, weil ich mir sonst die Augen kaputt mache, wenn man im Dunkeln... Dann musst du durchkommen. Dann kannst du... Da hat das Mikrofon hier wackelt. Das gibt's nicht, ja? So was macht die hier. Ja. Final Fantasy 13. Äh, hier. Lichtning Returns. Ne, Lightning. Lightning Returns. Ja, heute angekommen. Das kann ich dir gerade nicht beantworten. Ich bitte um andere Let's Play. Das kann ich dir jetzt hier nicht beantworten. Wolfe. Nein. Wolfe, man, Ass, kam heute... Achso, tut mir leid. Tut mir leid für... Honey, komm. Das lag heute mal in meiner Hand. Wieso mal? Immer, wenn du spät kommst. Immer. Das stimmt gar nicht. Immer hoch. Das liegt auch oft an Sunny. Mann. Nicht nur an mir. Ne, ja, wir brauchen mehr Internet. Wenn ihr Lust habt, unsere Internetleitung zu sponsern. Wir nehmen da ganz gerne mal 50.000... Ne, hier, 50 MB Upload. Wieso gibt's das nicht? Mut bietet das doch an bei uns. Wir müssen leider umziehen. Ähm, ach Gott, ey. 2 MB ist maximal hier. Ist ja unfassbar. Ja. Ihr habt garantiert alle mehr Upload als wir. Äh, das ist hier mittlerweile ja Standard irgendwie. Ähm, Biergümpel... Außenrum. Fünf. Äh. Das ist ja dann irgendwie schon... Weiß ich nicht, so... Zwo... Niveau. Naja, gut, nicht ganz. Da hatten wir ja DSL... Weiß ich nicht, 4000 oder sowas. Gab's das sowas? Raummeet auf Maximalwert. Guck er an, ey. Jetzt muss ich vor allem auf die U gucken. Jetzt weiß ich nicht, wie lange wir hier schon dran sind. Die neue Quest müssen wir, glaube ich... Oder können wir noch anfangen? Aber wir können... Weil ich muss ja vor... Aber ist ja zum Glück auch... Zum Glück... Dann kann... Muss Sunny nämlich aufnehmen. Dann muss... Ja, das ist alles so eine Sache. Und naja, hoffentlich lohnt sich das am Samstag, ne? Vor... Zwei Tagen. Ja, vorgestern. Hoffentlich hat sich das gelohnt. Äh... In der Retro-Perspektive. Retro-Perspektive. Ja, das kann ich nicht aussprechen. Das ist ein sehr schweres Lohn. Ich bin noch nicht so groß, dass ich das aussprechen kann. Ja, ne. Hoffentlich hat sich das gelohnt. Hoffentlich haben wir uns auch nicht betrunken. Naja. Das ist... Ja. Muss ich lohnen, ne? So sieht das nämlich aus. Ach ja. 20 Sekunden. Ich habe heute sehr viele Themen behandelt. Und... Äh... In den vergangenen Tagen für euch dann sehr viele Themen behandelt. Ähm... Das könnte man öfter mal machen. Ähm... Da könnt ihr euch mal eigentlich... Ähm... Weiß ich nicht. Könnt ihr ja mal Themenvorschläge bringen. Wenn ich jetzt irgendwie farme, was ja jetzt demnächst noch ein bisschen sein wird. Ähm... Wieso habe ich denn hier? Ach so. Ich habe zu viel davon. Dann könnt ihr gerne mal in den Kommentaren... Wie wir mir Gedanken dazu machen und... Währenddessen irgendwie... Äh... Darüber sprechen. Jetzt ist die Maus auch noch unter dem Mikrofon. Bitte. Ne? Voll hier... Voll hier... Multitasking und so. Krasse Sache. So. Wie verkaufen? Äh... Calvahite. Was heißt denn Hite, Sunny? Ich habe mich vorhin gefragt, was Hite... H-I-D-E. Das heißt Haut oder... Äh... Fell, ne? Calvahite. Das ist irgendwie... Ja, ich weiß, aber... Das habe ich verkauft gerade. Horde. Das zeigen wir jetzt eher, ne? Das zeigen wir jetzt. Pass auf. Gucken jetzt hier. Entfernen. Da haben wir... Hoffentlich habe ich irgendwie noch Hite oder so. Ich habe keine Hite mehr, ne? Das ist ja kacke. Ja. Und dann steht dann so ein Tiername davor halt. Calvahite. Von mir aus... Was ist ich? Äh... Kutku Hite. Gibt es nicht, glaube ich. Aber egal. Ich versuche... Klar zu machen, was ich meine. So. Iron Pickaxe brauchen wir nicht. Da haben wir 5. Läuft. Würde ich mal behaupten. So. Dann nochmal... Die gute... Quest hier. Geschenk für den... Wobbenschmieds. Tierhaut. Habe ich mir doch gedacht. Ne? Und da... Ich kam aber... Ich habe halt überlegt... Weil Haut ja eigentlich Skin haben. Heißt. Aber das wird ja dann nicht so... Wortwörtlich... Hm. Das dachte ich mir fast, ja. Krasse Sache. Na, haben wir auch wieder was gelernt, ne? Ich war mir nicht ganz sicher. Naja. So. Wir gehen jetzt nochmal zu den Kelbys. Brauchen wir ja... Und dann müssen wir leider Gottes auch... So alsbald möglich irgendwie Schluss machen. Wir setzen uns weiterhin ans Farben. Wir haben jetzt echt in der Vergangenheit sauviel Pech gehabt, was... Ja, die Earth Crystals angeht, was das Farben... Und... Da muss noch ein bisschen ran. Und wie gesagt... Also wenn ihr irgendwie... Themenvorschläge habt... Fürs Farben... Ähm... Es ist umgefallen... Und... Ah... Ich karbe jetzt dieses Vieh... Und hab Kelby-Height. Guck da. Haha. Ach man. Worte. Ich möchte an sich keine Kelby-Height finden. Ich möchte Kelby-Horn. Ja, Kelby-Height. Scheiße. Ja, ne. Dann schreibt das bitte in die Kommentare. Dann kann ich mich ja damit befassen. Irgendwie. Keine Ahnung. Ne? Also jetzt haben wir zumindest hier so eine kleine Unterhaltung. Und vielleicht kann ich mir ja... Das eine oder andere Thema irgendwie Gedanken machen. Und euch irgendwie näher bringen. Was weiß ich. Gaming-News. Was irgendwie passiert ist. Ein bestimmtes Spiel. Oder keine Ahnung. Reale News. Oder... Weiß ich nicht. Wie mein Klogang heute verborgen war. Oder so. Keine Ahnung. Könnt ihr ja in die Kommentare schreiben. Ich werde nicht über meinen Klogang reden. Das ist... Ne? Mein Scheiß. Quasi. Ne? Ja. Lustig. Ach man. Naja gut liebe Freunde. Morgen geht's weiter. 17 Uhr. Let's play Monster Hunter. Dann mit dieser Quest hier weiterhin. Und mit hoffentlich viel, viel... Ja. Earth Crystal. Wir machen uns dann erstmal nach Berlin. Und sehen uns trotzdem morgen 17 Uhr pünktlich wieder. Ja. Aber... Ich spreche jetzt von der... Gegenwart. Ihr seht mich ja zukünftig. Für euch geht's ja morgen ganz normal weiter. Aber... Ich... Jetzt. Ne? Während der Aufnahme. Bin jetzt quasi erstmal fertig. Und mach mehr oder minder Urlaub in Berlin. Naja. Urlaub ist übertrieben. Aber... Ihr wisst ja. So... Treffen. So ein Zeug. Naja. Wie gesagt. Morgen 17 Uhr. Monster Hunter. Ich sag tschüss. Macht's gut. Bis dahin. Zähn. Vielen Dank.